Hallo, hier ist wieder die Astrid. Ich begrüße euch zu der neuen Folge Sportzool at Home und ich mache heute mit euch Pilates. Bleibt immer in den leichten Optionen und nur wenn ihr meint, ja ich könnte mehr, dann kommt mit mir in die schweren Optionen. Okay, beginnen wir wieder mit unserem Boat ab. Schau erstmal nach rechts und links. Halswirbisäule. Kreist die Schultern. Reicht zu links. Vielleicht nehmen wir die Hände mit auf die Schultern. Kreist die Elbe oben. Sieht auch schnell an. Spür mal nach. Jetzt ist deine Brustwirbelsäule möglich. Nach großen Kreisen. Noch vier, noch drei, zwei. Nehmen wir die Arme nach vorne. Nach hinten. Mal wieder liegende Achter. Atme aus. Ein. Richte dich rund. Richte dich auf. Brustbein kommt zur Decke. Daumen. Gib die Richtung vor. So. Dann neig dich mal zur Seite. Rage und fließ ein und aus. Zieh dich lang aus der Hüfte raus. Spür eine Dehnung. Hier seitlich. Gut. Nehmen wir mal die Hände zur Hüfte und mal hier liegende Achter. Vor dem unteren Rücken. Mobilisieren. Geschmeidig werden. So. Die Hüfte. Knie. Und das andere Bein. Hebe an. Streck dein Bein. Komm schon Balance ins Spiel. Ein Bein stand. Sturz. Prophylaxe. Streck dein Fuß. Letztes Mal. Dann machen wir in der Hüfte eine Außenrotation. Hebe an. Oh. Brauchst du Balance? Nimm die Arme mit zur Seite. Außenrotation. Komm mal nochmal. Hebe an. Strecken. An die Seite. Gut. Dann machen wir einen Ausfallschritt zur Seite. Komm in ein Squat. Guck, dass dein Knie in Richtung Fußzehen geht, aber nicht über die Fußspitze raus. Komm tief. Leicht und nimmst du die Arme mit. Gut. Rechts Bein geht nach hinten. Komm tief hoch. Tief hoch. Wir machen einen großen Schritt für 90 Grad. Mit der vorderen Ferse schieb dich hoch und guck, dass dein Knie in Richtung Fußspitzen zieht. Drei kleine hier. Komm hoch. Drei, zwei, eins, hoch. Letztes Mal. Gut, wechsel das Bad. Drei. Machen wir erstmal die Singles. Komm tief hoch. Guck, dass deine Schultern über der Hüfte bleiben. Brustbein mit hoch Richtung Deck. Wegen so ein bisschen vorschieben. Drei Stück. Drei hier unten. Schieb hoch und mit Kraft. Und einmal noch. Gut. Schwing mal durch. Wenn du magst, komm hoch auf die Zehenspitzen. Schwing durch. Atme ein. Atme aus. Letztes Mal. Gut. Das war unser Romant. Mach etwas leiser. Und dann beginnen wir mit unserem Workout. Stell dich an den hinteren Rand der Matte, sodass du die Matte vor dir hast. Deine Fersen stellst du unter deine Hüften. Fächer die Fußzehen auf. Legst du ab wie Teppichfransen. Und beginn deine Schulter nach hinten unten zu rollen. Dein Brustbein kommt hoch Richtung Decke. Langer Nacken. Kinn so ein bisschen rangezogen. Mach Spannung zwischen deinen Schulterblättern. Und ziehst du den Nabel ein. Spann deinen Beckenboden an. Das ist das sogenannte Powerhouse, was wir die ganze Stunde über beibehalten. Atme hier in die Flanken. Und wir beginnen wieder den Rücken zu mobilisieren, indem wir uns nach vorne abrollen. Hier an einer Wand stehen. Roll dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Komm hoch auf die Zehenspitzen, wenn du magst. Das kann man auch weglassen. Und beginn wieder mit dem Abrollen. Nimm mal wahr. Wie weit kommst du nach unten? Und vielleicht beim zweiten Trecken mal ein Stück tiefer. Findest du es angenehm? Mal die Beinrückseite zu dehnen. Die gerne verkürzen durch viele Sützen. Dann zieh dich mal hier ran. Die Nase wieder in Richtung Knie. Dann roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Beginner stützen sich hier ab. Für den langen Rücken. Und kommen wieder in die Vorbeuge zurück. Fortgeschrittene. Ohne Abstützen. Denk dich in die Länge. Wer will noch mehr? Nimm mal deine Arme, nehm die Ohren. Such dir deine Variante aus. Du kannst jederzeit die Hände wieder zum Schienbein nehmen. Atme hier ein. Bring die Länge in deinem Hund. Atme aus. Komm in die Vorbeuge. Nase ein. Mund aus. Als wolltest du gegen eine Spiegelhaut. Du kannst gerne die Beine beugen, um nach vorne zu laufen. Und hier in den Stütz zu kommen. Der Zeigefinger ist auf 12 Uhr. Dreh dein Bizeps nach vorne und zieh den Nabel feste ein. Beginner legen die Knie ab und machen hier ihren Push ab. Die Ellbogen zeigen nach hinten. Variante 2 wäre hier. Ganz eng an den Rücken. Oder heb ein Bein an. Immer ein Wechseln. Ellbogen 90 Grad. Atme hier durch die Nase ein. Blech den Mund aus. Gerne Knie ablegen, wie gesagt. Gibt noch eine Option. Vierfüßlerstand. Oder bist du doch nochmal hier. Für jeden was dabei. Mach deine Variante, die du sauber ausführen kannst. Bist du rechts und links ausgeglichen. Komm nach unten in die Bauchlage. Streck mal die Arme nach vorne aus. Variante 1. Rechten Arm, linkes Bein anheben. Deine Nase schaut dann zum Boden. Zieh deinen Nabel feste ein. Variante 2. Schwimme. Variante 3. Das Schaube-Pferd. Dann schwimme einmal mit den Händen nach hinten. Und bring dich nach hinten in die Hins-Pose. Atme mal hier in die Flanken ein. Und roll dich wieder rund nach oben auf. Bring mal die Knie unter deine Hüften. Stülp die Fußzehen um. Und heb mal die Knie an. So, dass die Schienbeine waagrecht sind. Vorderes Bein. Heb an auf Hüfthöhe. Stell wieder ab. Variante 1. Ihr dürft natürlich auch das untere Knie abstellen. Oder forder dich mal heraus. Ohne ablegen. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Lass dein Becken auf einer Ebene. Spann dein Gesäß ab. Setz mal ab. Und mobilisier mal die Handgelenke. Drück mal gegeneinander. Bein. Freize die Beine. Schau, dass du nach hinten Platz hast. Und beginn mal hier zu rollen. Wie ein Ball. Rebalancen ins Spiel. Kontrolle. Dein Nacken bleibt frei. Von Belastung. Du stoppst an den Schulterblatt spitzen. Und bleib mal an. Stopp. Kannst du mehr? Streck mal die Beine. Fass die Fesseln. Stopp ab. Ihr könnt jederzeit die Beine beugen. Knie. Kniekehle fassen. Wie gesagt. Ihr müsst diese Optionen nicht mitmachen. Kniekehle fassen. Und wieder. Gut. Roll ab. Stell ein Bein nach dem anderen ab. Variante 1 Rollwirbel für Wirbel hoch in die Schulterbrücke Und rollwirbel für Wirbel ab Gesäß an Wer ein bisschen mehr kann Verklinkt von hier die Finger Rutscht so ein bisschen hoch auf die Unterarme Roh nach oben Und versucht die Handgelenke zum Boden zu drücken Jetzt heb ein Bein an Streck es hoch zur Decke Winkel an, schnell ab Band, anderes Bein Bring Länge in deine Beinrückseite Und wie immer im Pilates arbeitet der Fuß mit Spitzer Ballerina Fuß Point Drück die Arme zum Boden Komm noch so höher in deine Schulterbrücke Becken auf einer Ebene Löst die Hände, rollwirbel für Wirbel wieder nach unten Und beginn mit deinem Roll-up Notfalls Wir nehmen wieder diese Kniekehle als Hilfe Roll-up Vorbereit mit Einatmung, mit der Ausatmung Komm nach oben Ohne Schwung Überwinde diesen Punkt Notfalls, wie gesagt Kniekehle fassen Versuch die Fußsohlen aber am Boden zu lassen Oder der halbe Teaser Mit diesem einen ausgestreckten Bein Gleich das andere Oder beide Kontrolle Wirbel für Wirbel nach unten Such deine Variante, die du sauber ausführen kannst Gut, nochmal die Kniekehle Komm In den Vierfüßlerstand Hände unter die Schulter Knie unter die Hüfte Nimm das vordere Bein Was jetzt näher an deinem Bildschirm ist Streck's aus nach hinten Das hintere Bein Legst du ein bisschen nach hinten auf Und klapp zu mir nach vorne auf So, jetzt komm nach oben Und mach mal Windmühlen ab Neig dich nach rechts Nach links Atme ein Atme aus Atme aus Und das hintere Bein hebt ab Das obere Und hier malst du kleine Kreise Dein Fuß ist wieder Point Und ganz viel Länge in deine Wirbelzeit Dein Bein auf Hüft höher Mal Kreise Vier mehr Drei noch Zwei Setz ab Wechsel für dich die Seite Stell den Fuß ab Und wir haben hier die Windmühlen ab Atme ein Atme aus Und dann landen wir wieder Bring deine Hand unter deine Schulter Und das obere Bein hebt ab Und das Bein hebt ab Bei Kreise Geht Hüft höher Und gut Setz ab Setz dich mal neben deine Füße Füße Und zieh dich mal hier In der Mermaid Zu deinen Füßen hin Andere Seite Nehmt ruhig deine Fessel in die Hand Und zieh dich mal zu deinen Füßen Spür hier eine Rede Gut Dann stell mal die Füße auf Lass deine Finger nah am Gesäß Nach außen zeigen Brustbein kommt zur Decke Das kann eine Variante sein Oder Beide Beine strecken Gib mal ein angewinkeltes Bein Zu dir ran Anderes Bein Stell ab Lass dein Gesäß oben Oder die Kicks Setz ab Und leichte Option Schieb dich einfach mal nach vorne Schwerere Option In dein Brustbein Möglichst nah an deinen Oberschenkel Geh mal dein Bein rückseit Gut Dann komm noch mal in die Bauchlage Naht ist eingezogen Stell dir vor Du hast hier Tennisbell unter deinem Held Und die Rollen Schultern weg vom Ohr Dein Blick ist zum Boden Spann deine Rückenmuskulatur Wenn du magst Hätt die Füße noch gut an Wenn du mit der ganze Rückseite Arbeiten Dabei kommt es eher auf Länge an Weniger auf Höhe Der abgehobenen Bein Schieb dich noch mal nach oben Nimm mich nur noch mal zu euch hin Deine Knie hast du jetzt unter der Hüfte Nabelfeste einziehen Und das ist die wichtigste Übung hier für die Oberschenkel Für die gesamte Front Wo es locker Neig dich mal nach hinten Und schau Ob du wieder nach vorne kommst Gut, nochmal Und Hast du mehr Ein Arm nach hinten Komm wieder vor Vielleicht kannst du beide Arme mit nach hinten Richte dich wieder auf Atme ein Atme aus Okay Dann nehmen wir die Beine So War entweder im Halbenbogen Hast von innen deinen Fuß Der Fuß ist geflext Und die Ferse zieht jetzt weg vom Gesäß So dass du in ein Rückbeugen kommst Geh in deine Front Wechsel entweder die Seite oder in beide Füße Dann lass die Knie möglichst nah beieinander Gut Leg ab Komm nochmal in deine Rückenlage Geh in die Beinrückseite Schieb die Ferse hoch Richtung Decke Zieh ran Vielleicht unteres Bein ablegen Vielleicht höher fassen Nacken und Schultern bleiben nah am Boden Ganz entspannt Wechseln Variante 1 2 Oder 3 Gut Zieh dann deine Beine hoch Abschließend Nehmen wir nochmal die Oberschenkelinnenseite Entweder gebeugte Beine Um dich hier aufzurichten Oder kannst du die Beine strecken Schieb dich mal nach vorne mit dem Brustbein Vielleicht kannst du die Finger Meine Fußzehnen dringen Und dich mal nach unten in die Weite vorbeugt Steh mal dein linkes Bein aus Rechtes Bein drüber Komm in den Drehsitz Vielleicht kannst du auch mehr Elbogen hier außen Ergeben Ganz viel Länge in deine Wirkung Und wechseln So Das war's heute mit Pilates Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und bis hoffentlich bald Und bis hoffentlich